Ich zeige euch jetzt wie man eine Prinzessin schminkt. Dazu nehme ich zuerst einen Schwamm, mache den ein bisschen mit rosa und setze ihn an die Seite, wenn er zu nass ist, ein bisschen Abtupfen auf dem Tuch. Setze ihn an die Seite, so einen kleinen Schatten, die andere Seite auch. Dann nochmal gucken, ob es noch gleichmäßig ist. Als nächstes nehme ich einen mittleren Pinsel und mache hier ein Prinzessin Diadem an die Stirn. Dazu male ich erst mal pinke Perlen, fünf Stück. Das ist die erste, die größte ist und die hintersten die kleinste. Jetzt umranne ich die mit Türkis, mit demselben Pinsel. Das auch noch. So, und jetzt verbinde ich die. Hier setze ich einen kleinen Schnörkel hin, weil es die Augensterne ist. und die werden jetzt hier verbunden. Und jetzt setze ich noch hier an die Seiten Prinzessinnen-Schnörkel. Auf die andere Seite auch. Und da gehe ich ein bisschen mit Weiß noch rein. Und auch in die Perlen, mit einem weißen Glanzstrich. Dann sieht das aus, als wenn sie leuchten. Jetzt nehme ich einen Katzenzungenpinsel. Der sieht so aus, der ist ein bisschen fester und kürzer. Und damit verziehe ich das jetzt. Einfach aufsetzen und einmal drücken. Dann kriegt man solche Tropfen hin. Das ist ein kleiner Pinsel, mit dem man sehr schön Punkte setzen kann. Und mit dem setze ich einmal ein paar Pünkchen. So, und als letztes, was natürlich ganz wichtig ist, das ist ein bisschen Glitzer. Dafür einfach den Pinsel ein bisschen anfeuchten. Und dann direkt drauf geben. Ich habe die Perlen zum Beispiel mit rosa. Oder hier mit blau. Silber. Und dann kriegt sie noch etwas Prinzessinnenklanz. Und fertig ist die Prinzessin. Und fertig ist die Prinzessin. Herr, wie geht es. Ich habe die Prinzessin. Dann schiebe ich das.